ja hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer müssen aus tragischen gründen hin gezogen denn wir haben den alten hof in willet france verkauft da der bruder den unfall folgen nicht überlebt hat im krankenhaus sind nicht nach losberg zurück weil ich mich von dem geld erst mal umgeschaut habe von dem her habe ich etwas gefunden und so klein auf man es richtig ausspricht und haben wir den hofe gekauft mit dem paar maschinen seine wunderschöne map und da fangen wir jetzt nämlich direkt gleich mal zum ernten an dass wir in die poppen kommen und sehen auch gleich ein feld an ich habe mod vergessen egal das hilft jetzt nicht so wow ein bügelde fein und das müsst ihr doch immer die felder im vcs suchen na egal hilft jetzt nichts sowieso erst mal zack zack so wie war das jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein französisches. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Dom funktioniert so schön ja nicht. Okay, guck, das ist jetzt doof. Drücken, improvisieren. Häckselst du oder legst es in den Ballast. Und dann möchtest du natürlich einen Trigger mit einem Hänger mit einem dummen Szenen, beziehungsweise fliegen. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Das macht ja nichts, wenn die erste Folge etwas länger ist. Denn es ist etwas Neues auf einer neuen Map, auf einer wunderschönen. Wunderschön. Ganz ehrlich gestehen. 300er war ja. Schon leid. Ah, Frankiler geht so weit von vorne. Ich glaube, mir ist also es weder Frankiler zu groß. Ich möchte jetzt noch nichts investieren. Das war falsch. Ich werde jetzt probieren, was man muss. Ich kann jetzt noch nicht mehr. Kannst du schon wieder da sein? So, Feld 9 hoch. Mal schauen, ob das so funktioniert, welch ich nicht wollte, ich habe schon Ewigkeiten mit dem Questplan nicht gearbeitet, so gut wie noch nie. So, hier ist er dann abkippt. Dann wieder so zurück. So, rück. 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 Das ist eine Kollision. Ja. Das ist schön. Das war B. Das hat mich wahrscheinlich voll weg. So. Aus. Hilfe. Los. Ja man, wegen dem ganzen Schmarrer. Ja man, wegen dem ganzen Schmarrer. Das läuft. Dreschen schreibe ich mal mit Aufsicht. So. Das war das Problem, was ich meinte. So. Dann gehen wir jetzt auf Vollgas. Was? Machst du mir wieder die ganze Erde kaputt? Aber egal. Du bist nämlich verkauft. Braucht man nicht. Okay, den Händler hätten wir mal gefunden. Oh. Jetzt sollte ich vielleicht ab und zu mal den Motor starten. So. Neue Bremsenmarrer, also dürfte schon was bringen. Dann bin ich für Kilometer um, beziehungsweise Stunden. Sollte passen. Der Radio spielt auch wieder optimale Musik. Oh, lecker weiter Weg. Ah, lecker weiter Weg. Lecker weiter Weg. Lecker gleich. Können wir nicht Händler hoch machen, falls wir was finden. Oh. 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 wir haben Wurfel vermisst. Händler hoch. annéeiger Allesh敬 credentialher. Alter 5. Och. Ach. 80%, 80% Brettpasst. Bist du da nicht weitergefahren. Egal. So, jetzt bringen wir dich weg. 11, 12, 13, oh o'.. 14 Liter. 15, who the fuck? 16. Egal. von dem Frühjahrs der WDT verkauft wow wow fuck Schöner Wiese So, ich bin da Ich will mir mal so ein Kredit auf vielleicht verkaufen wenn ich wüsste wo die Bank ist Bank-O-Mart, Bank-O-Mart, brauchen Kredit denn um die Menge zu bewegen können brauchen wir bestimmt das nehmen wir mal alles auf das können wir dann, wenn wir es wieder gewirtschaftet haben auch wieder zurück zahlen so jetzt haben wir 194.000 was kriegen wir schulen was da ist das komplett das Zeug das 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 dass ich immer mit dem Wichtig, ganz wichtig. Da finde ich mein gutes Stück schön hingepackt, wunderbar. Das gefällt mir. Das muss ja noch zulassen. Da war's, na los, na los, komm, jetzt lassen wir's fertig haben hier, ich verstehe das Schlimme nicht, aber es macht nix. Na, komm schon da. Nehmen wir einfach mal das hier. Genau. Hat zwar keine sonderlichen Bedeutungen. Nehmen wir das hier. So. Jawohl. Jetzt starten wir ihn mal. Hängen mal mit an. Zeichne mal einen Kurs auf. Händler hoch. Händler hoch. Naja. Komm was. Wir müssen jetzt nix. Komplex tank, von Gaswighter, jäi. Ich verfolge mich schon, eigentlich außerhalb der Wirtschaft. So, bald sehen wir, ob das wirklich funktioniert mit dem Abkippen, und ihr Fendt hier, mein Junge, bringt es nämlich weg. Ah, da hier vorne ist Feld 47. Dass das das Rad sein soll, schaut jetzt noch relativ unerhalts aus. Muss man schon sagen. Wieso, wo man mähen kann? Top! Fährt 58. Schon kleines Feld. Das kauft man bald. Aber wenn wir das haben, was ich vorher habe, ein Lastwagen, mit der transportiert mit 80, da wird das dann schon einiges schneller gehen hier. Nicht mehr dreieinhalb Jahre fahren. Und wenn ich jetzt mal bin ich schon bei 46, das geht ja eh verdammt schnell. Schnell habe ich auf jeden Fall gedacht und erhofft habe, weil die nehmen wir die Traktoren zum Abtransport vom Feld her. Das ist dann nämlich viel besser, weil die können Schlamm und Dreck sein. Dann machen wir ein Förderband. Da lassen wir einen Haufen mit dem Kippen, da stellen wir ein Förderband hin. Dann müssen wir hier noch ein Förderband geben. Blinken davon nicht vergessen. So, das passt. Dann können wir etwas nicht helfen. Dann müssen wir hier also aufregen nehmen die Kippen. Dann müssen wir ein Verbegriffen nehmen. Dann können wir hier ein Sprechlegen. Ich weiß nicht, anfangen wir das hier, aber jetzt geht es auch wieder mal aufregen, wenn wir das mit dem Kippen haben Das ist schon mal richtig das Leicht, wie wir das mit dem Kippen So. Das, und das, stehen bleiben. Ja, dir hilft mal. Und gleich. Helferlein, du kleine Schwein. Jetzt gucken, wie das funktioniert und abkippt. So. Perfekt. So fühlt es immer noch. Wunderbar. So. 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 irgendwie macht man das schon die läuft's menu das passt mir ganz gut das ist voll okay Händler wollten wir ja gar nicht, werden wir unsere Statistiken verweizen. Bacquery ist da oben. Kommen wir ein bisschen da, den Feldbild oben. Ok, passt. Das war jetzt sinnvoll. Das muss man natürlich unser ausgegebenes Geld ausgleichen. Ich kann jetzt ein klein wenig da an. Mit den Weizen abhängen, die muss er vielleicht gleich voll. Okay. Okay. Hilfe, du kannst jetzt dabei hängen. Ich bin gerade in der Kursaufzeichnung. Dabei können wir die Map ein bisschen begutachten. Und ich hoffe, wir nehmen noch eine Fahrt zu. Jetzt ist es passiert nun. Verdammt. So. 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 Jetzt raus. Gehts da gleich wieder rein. Ah, da hängen wir doch vielleicht etwas zu groß gegriffen. So. 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 Wo bis auf den Bundesrat von. So, wenn ich nicht viel habe, es gibt. Was dafür. Die Technik des Eens auf. So. So. Anderbar. Und da ist Riese. Und dann doch ab. Und jetzt ganz ruhig. Alle Gerichts wussten, dass das so ein Berg ist, und wir hätten größeren Schlepper nehmen sollen. Aber ihr könnt ja auch fliegen. Schon deutlich langsamer, aber ich weiß. Stattdessen kommen fast 30.000 Liter oder 30 Kubik Weizen rum. Mit einem 150 PS Bulldog. Okay, ich dachte mir nicht, dass das so lange dauert. Aber naja, was willst du denn machen? Ich sage auf jeden Fall schonmal Danke fürs Einschalten, und wir sehen uns im nächsten Video.